Ja hallo meine lieben Freunde, die Aufnahme gerade eben ist leider abgebrochen, das heißt ich kann euch leider nicht zeigen, aber wir haben ihn leider nicht bekommen, er ist weggelaufen, nachdem ich ja mit meinen Super-Sniper-Künsten einfach... Ja ja und wir sind jetzt beide oben auf dem Tower, ich hätte ne Idee und zwar hätte ich die Idee bei der Feuerwehrwache aufs Dach zu gehen. Mach, dann geht mir dahin, ich bleib hier. Deck mich aber, deck mich. Mach. Ja ja, ich geh erstmal die Leiter runter. Die Spieler können von allen Seiten reinbrechen. Ja ja, deswegen meine ich deck mich. Ich geh dann jetzt runter. Oh fuck, ich hab mega Hunger. Mann alter, ich bin so ein Sack. Ah, erstmal Thunfisch erstmal. Die Mosin ist auf jeden Fall eindeutig zielgenauer. Jo. Hauptsache ich esse, ich esse Sardinen und der Durst geht weg. Na vielleicht wegen diesem Saft, der da drin ist. Ja schön, nur bei Hungeranzeige passiert gar nichts. Ich hab mega Hunger. Also war mir jetzt die Hungeranzeige da weggegangen. Ah, jetzt geht das mal ein bisschen weg. Mann braucht man viel Thunfisch dafür verbrauchen. Da hat jemand die Verbindung verloren. Was auch so sein kann, ist, dass der Spieler einfach vom Server gegangen ist. Kann auch sein, der Penner. Das kann nämlich nicht sein, dass der so einfach weg ist. Das hätte ich gesehen normalerweise, wenn er da außenrum noch gelaufen wäre. Da wurde einer gekickt. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt noch die Folge hier am R4, danach hauen wir ab. Können wir machen. Vielleicht finden wir noch irgendeinen Typen. Ich will euch auch den gleichen. Weil zu lange können wir nämlich nicht hierbleiben, das ist sonst... Ja, ich bin nicht mehr hungrig. Zu arschlochhaft die ganze Zeit hier so rum zu gammeln und zu kämpfen. Okay, ich komme mir doch lieber hoch. Ich bin eine Etage unter dir. Irgendwie habe ich Bock, wieder zurück nach Richtung Elektro und so zu laufen. Aber naja, lass einfach nach Osten. Ja, lass jetzt einfach die Straßen und die Städte weiter abklappern. Na eben, man muss den Leuten ja auch was vom Spiel zeigen. Ja, ja. Warte, ich will den M4 finden. Nein, es ist für meinen Klamotten, für meinen Klamotten ist nur die Sonnenbrille, nicht Pristine. Der Rest, selbst die Gasmaske etc. Wie viel Muni hast du eigentlich für deine Sniper? Für meine Sniper habe ich noch mit den 5 im Magazin 29 Schuss. Ah, blöd. Ich habe für meine nämlich, warte. Für meine habe ich im Magazin 10, dann habe ich... Alter, 71 Schüsse habe ich für die. Wahrscheinlich findet man die auch so oft und die Muni, weil die Sniper eben nicht so gut ist. Vermutlich, ja. Okay, ich gehe jetzt dann zur Feuerwehrwache und gehe dort aufs Dach. Deck mich von da oben aus. Ich müsste gleich da unten rauskommen. Ich sprinte jetzt zum Eingang durch. Deck mich. Hui. Da ist ja jemand. Das ist ja der Philipp. Stell dir mal vor, ich würde jetzt so versuchen, dich abzukleinen und dich treffe ich natürlich beim Zickzacklaufen. Das wäre kacke. Noch sehe ich hier keinen ankommen. Ich auch nicht. Ich mache hier unten mal beim Eingang... Da unten rennt jemand. Ja? Ne, das sind nur die zwei Zombies, die auf dich aufmerksam geworden sind. Da sind zwei Zombies auf mich aufmerksam geworden. Ich schieße mal einen von denen ab. Ich will jetzt endlich mal einen, äh, was treffen mit der SKS. Mach, wo in welche, von wo kommen die denn? Die stehen jetzt, warte, wenn du oben bist, stehen die links. Ich bin nicht oben. Ich bin unten am Eingang. Ja, warte, wenn du oben bist, dann, äh, lass mal jeder einen nehmen. Okay, ich gehe jetzt hoch. Hey. Ich seh dich. Gut, soll ich den Pilotenhelm mitnehmen? Ach, nein. Okay, wo sind die dann? Ah, da. Okay, welchen willst du? Den Vordergrund? Bist du schon ganz oben? Ich bin nicht ganz oben. Dafür muss ich irgendwie Außenraum gehen. Ich bin aber, also nicht auf dem Dach. Ja, du musst doch aufs Dach von der Feuerwehrwache können. Du musst wahrscheinlich irgendwie durchs Fenster steigen oder sowas. Nein. Hier gibt's außen eine Feuerwehrwache, eine Leiter da hoch. Ich hätt's ja, von hier oben, von hier oben. Ich hätt's ja so gemacht, da kann man besser zielen. Ich nehm den ersten von vorne. Okay, schnapp ihn dir. Ich beobachte das. Toll, guck, wie die verzieht. Ey, warte, ich probier mal aus, ob ich den Hintergrund kriege. Ja, Mann. Meine Wumme. Hab ihn. Sauber. Ich hab's ja rausgefunden. Was? Muss höher ansetzen. Ja, Junge, auf die Entfernung, natürlich. Aber vom Tower bis zur Feuerwehrwache eigentlich unlogisch. Ich musste übrigens nicht höher ansetzen. Nein, das Visier ist allgemein, dass man höher ansetzen muss. Ich geh jetzt aus der Feuerwehrwache raus und hier an die Seite, um dann aufs Dach zu gehen, ne? Mit Deckung. Nein, Philipp, das Visier ist, dass man höher ansetzen muss. So. Okay, auf die Leiter. Ich geh jetzt hier an der Seite die Leiter hoch. Du wirst mich gleich auf dem ersten Dach sehen. So, ich bin jetzt auf dem ersten Dach. Jo. Siehst mich, ne? Ja. Mal gucken, ob ich hier hinten jemanden rumlaufen sehe. Glaub aber näher nicht. Ne, da ist ja jemand auf dem Tower. Ja. Okay, ich geh mal noch auf eine weitere. Ich geh mal noch ein bisschen höher auf das ganz obere Dach. Boah, das sind kaum noch Leute auf dem Server. Sollen wir vielleicht mal Server wechseln? Könnten wir machen. Okay, ich wechsel den mal. Warte, warte, ich geh noch hier erstmal hoch. Beenden. Nice, hier oben liegt ne Pipsi rum. Ich hab den Server beendet. So, auf welchen gehen wir denn? Auf Muschelsuppenhausen sind jetzt mehr auf jeden Fall. Warte, beenden. Warte, ich geh auf Internet und lad mal hier. Okay, Muschelsuppenhausen wären ne Alternative. Modern Vikings. Modern Vikings, da sind 20 drauf. Modern Vikings, ja, das wär ne Idee. Ich lass mal weiter durchlaufen. Noob Friendly ist blöd. Poifae sowieso. Always daylight and high loot. Boah, Alter, DayZ UK. Wenn da jetzt ein Spieler weggehen würde. Wo ist DayZ UK? Da sind 39 Spieler drauf. Soll ich mal draufgehen und sobald einer weg ist, joinst du drauf? Nein. Doch, lass mal machen. Okay, mach. Ich beobachte das. Maximale Spielerzahl erreicht. Toll. Hä? Ich geh nochmal drauf. Ich guck mal. UK 40 von 40 ist da jetzt. Ja. Ja. Vermutlich bist du das. Nein, ich bin ja nicht drauf. Okay, dann musst du das halt nicht... Ich steig mal kurz. Hm. Da gibt's zwei Server mit 40x40. Ich aktualisier nochmal. Ja, mach. Wie gesagt, Muschelsuppenhausen wär' ne Alternative. Oder wir gehen halt für ne kurze Zeit auf diesen High Loot Server. Da sind 34 Leute drauf. Hm, ich weiß nicht. Ich hab keinen Bock auf High Loot. Warte mal. DayZ UK 40. Ich muss gleich mal was gucken, wenn der kommt, den ich denke... Bei Braveheart Server Daylight sind 29 von 30 Leute drauf. Ich aktualisier nochmal. Wenn man diese Server suche. Fünftlich. 27 von 30 sind jetzt bei Braveheart drauf. Lass da drauf. Braveheart. Braveheart Server Daylight, ja. Warte mal. Oder ich geh da drauf und du guckst bei Freunde. Beide ich. Ich weiß nicht, wie lange das anhalten wird. Ja, okay. Ich geh auf Braveheart. Okay, ich geh jetzt auch. Double Click. Junge, wie viele Spieler da jetzt gerade rechts angezeigt wurden? Ja. Motto Blast war da gerade. Boah, mal gucken. Please wait. Ich seh' uns auch noch gleich mal ein Zombie. Problem. Okay, ich bin oben. Ich seh' niemanden. Ich seh' dich. Ich seh' dich auch. Dreh' mal den Zombie da unten abknallen. Ich will mich nochmal üben. Wo? Da unten. Der ist direkt vor deiner Nase. Vor der Feuerwehrwache. Ah, ich seh' ihn. Ja, mach. Nice. Hast du ihn? Ja, klar. Bei mir wurde nichts angezeigt. Was ist das? Weapon Cleaning Kids. Jetzt können wir gleich nochmal kurz zumindest den Anfang des Airfields durchsuchen. Hier könnte jetzt neues Loot sein. Ja, ja. Warte, ich durchsuche mal die Feuerwehrwache. Aber du... Deck mich. Deck mich so lange. Ich geh' jetzt gerade runter. Warte, ich lad noch mal meine Muni nach. Ich will immer volle haben. Okay, die erste Leiter bin ich jetzt runter. Ach, acht Schüsse reichen auch. Da kommt ein Zombie auf dich zu. Auf den Tower. Junge, wie soll der auf den Tower kommen? Nein, ich mein' der kommt in Richtung Tower. Oh. Ich seh' den. Jetzt kommt der in Richtung dir. Ich knall' den mal ab. Mach. Ich hab' den gerade gehört. Boah, genau in den Kopf, Junge. Oh, Junge. Wie sich das angehört hat. So, boom. Dann du so, boah, genau in den Kopf. Bis dahin. Boah, Alter, ich hab' den beim Laufen genau in den Schädel geschossen. Dann sehr mal, das... Wie das Blut da so raus spritzt und dann vorab fliegt der um. Ich bin jetzt, ich nehm' jetzt die zweite Treppe. Deck mich, deck mich. So, warte, ich geh' auch mal eben runter von Tower. Oh. Hinter mir ist ein Zombie. Schnapp ihn dir, schnapp ihn dir. Ich seh' den grad' nicht warte. Ich nehm' mir grad' mal die Axt. Okay, ich hab' ihn, ich hab' ihn. Bisschen Zombie jagen. Haha. Mal sehen, was haben wir denn hier? Wie schön das hier? Handschellen. Was ist denn ein... Atlas-Bipod? Irgendwas, was man an der Knarre dran machen kann, auf jeden Fall. Guck nach. Ich kann's nicht dran machen, aber ich behalte's einfach mal. Junge, hier ist ein überall Schraubenschlüssel. Und ein Snaploader, jawoll. Das heißt, zwei weitere Schüsse für meine. Ich steh' hier einfach jetzt ein bisschen rum und sniper Zombies ab, wenn die kommen. Macht Spaß. Ich hab' ja genug Munizierung. Ich guck mir jetzt mal den Tower hier an. Also, die Feuerwehrwache, eher gesagt. Hier liegt immer noch der Pilotenhelm. Lol. Ich geh' mal runter. Acht weitere Schüsse für die Knarre. Ich geh' den Tower mal runter und guck' was da so liegt. Mach. Ich bin jetzt auf der obersten Etage. Und hier haben wir... Acht weitere Schüsse für die Knarre. Tuna. Ich meine, ich 28. Warte, ich hab' Tuna gefunden. Und? Moment mal. Was? Nein, schade. Ich hab' auf jeden Fall, äh, ein Objektiv gefunden. Möglicherweise klappt das auf deine. Kann sein. Wow. Alter. Ich erschüsse. Bist du tot? Nein. Ich drehm mich so um. Steht unter der Treppe ein Zombie im Boden rumgebackt. Wow. Alter, ich hab' mich so erschreckt. Junge, und ich erst. Ich dachte, du wärst draufgegangen. Ich dachte, da steht irgendein Spieler. Leck mich doch am Arsch, Kind. Mein Gott. Junge, ich hör' dich so so... Ich hör' dich nur so... Nein! Dann hör' ich so zwei Schüsse. Alter. Falle Ei. Ich geh' jetzt unten aus der Feuerwehrwache raus. Komm in den Tower. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Deck mich. Ich glaub' aber nicht, dass das... Ich glaub' das ist für die M16. M4, das Scope. Egal, wir werden's sehen. Hoffentlich nicht. Bist du das? Ja. Nein, das ist ein anderer Spieler. Ich bin in der Feuerwehrwache. Boom! Leck mich. Ich werf' dir jetzt hier mal deine 34 Schüsse für die Knarre raus. Die nehmen nur Platz in einem Moment ab. Moment, ich auf der Treppe. Das backt sonst durch. Ich hab' jetzt schon. Ich guck' mal nach, ob die durchgebackt sind. Warte du mal kurz, bis deine Schüsse da sind. Gib mir oben auf dem Tower das... Boah, Alter. Und die Folge ist jetzt auch zu Ende, ey. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.